Wie mache ich ein YouTube-Banner? Wenn Sie ein Banner für Ihren Kanal erstellen müssen, können Sie die Canva-Website besuchen. Registrieren Sie sich zunächst auf dieser Website. Klicken Sie nach der Registrierung auf diese Option, suchen Sie nach einem YouTube-Banner und klicken Sie darauf. In diesem Abschnitt werden Ihnen verschiedene Arten von YouTube-Bannern vorgestellt, aus denen Sie ein beliebiges auswählen können. Sie können sogar das Wort und das Thema Ihres Kanals in das Suchfeld oben eingeben und verwandte Themen anzeigen. Durch Klicken auf jede Option können Sie diese ändern oder verschieben oder Ihren Wunschtext schreiben und Ihr Wunschfoto hochladen. Sogar im Elementbereich können Sie alles suchen und finden, was Sie wollen, und es zu diesen Bannern hinzufügen. Ich werde diesen Artikel beispielsweise zu diesem Abschnitt hinzufügen. Nachdem Sie Ihre Änderungen übernommen haben, können Sie in diesem Abschnitt einfach auf die Download-Option klicken und die YouTube-Banner-Datei herunterladen. Bitte liken und Kanal abonnieren!